So, Achtung, ich filme jetzt meinen Bildschirm ab und das ist ganz kompliziert verschachtelt. Da ist praktisch, ich filme ein Video ab, wo ich vorher gefilmt habe, mein Handy. Und am Handy ist ein Kumpel, der dort am Haus, unterhalb vom Haus Wiedenfelsen, praktisch im Fall Felix Heger eine Folie sichert, die ich einstmals dort gesehen habe, aber nicht mitgenommen habe. Also, komplizierte Geschichte, aber ich lasse es jetzt mal ablaufen. Ich starte jetzt. Auch ein Bündchen. Das ist interessant, weil damals, ich halte es kurz an, was man hier sieht, ist Polizeiabsperrung. Das heißt, das ist am Fundort, vom ehemaligen Fundort vom Vater von Felix Heger, von Michael Heger. Also, praktisch, er ist ja am Weg gefunden worden, fünf Meter oberhalb vom Weg. Und dann den Wald hoch, ganz ober ist ja das Haus Wiedenfelsen. Aber, die haben aber eben ein Stück abgesperrt. Und, ähm, das sieht man jetzt, das ist die obere Begrenzung. Ähm, äh, äh, ähm, ähm, das ist eben, der hat, der hat mir angerufen, als er dort war und dann hat er irgendwann mal links eingeschaltet, seine Kamera, dass ich praktisch live übertragen habe. Und irgendwann habe ich dann eben angefangen, hier das abzufilmen. Das ist ja also auf dem Weg, vom unteren Weg nach, ähm, durch das, also da ist jetzt kein Weg. Unter ist er weg und dann ist er jetzt dabei, nach oben zu laufen, praktisch durch die Wildnis, äh, Richtung, äh, Hotel Wiedenfelsen. Und ich habe dann mein Handy hier so, ähm, mein Büro so, 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 wo ich meine Befestigung habe und habe es jetzt dann abgefilmt. Das ist alles ziemlich verwurstelt sozusagen, aber, also verschachtelt so. Aber jetzt sieht man eben, das ist die Polizeiabsperrung. Jetzt starte ich das Video weiter und dann geht es eben, bis er oben die Folie findet. Ähm, die Folie, die ich denke, die könnte eine Rolle gespielt haben, dass damit praktisch die Leiche von Michael Heger, ähm, praktisch, ähm, auf dem Transport, also eingewickelt war sozusagen, auf dem, eben beim Zwischenlagern, ähm, und auf dem, beim Transport nach unten. Und, äh, der hat, der hat dann, als er die Folie da mitgenommen hat, hat er zuletzt gesagt, das stinkt unheimlich. Das heißt, ähm, und er hat es aber, er hat es einfach so mit, mit den Händen so zusammen. Ich habe ihm erklärt, wie er aufpassen muss, eben möglichst schonend, dass es nicht, ähm, das, wo er etwas in der Falte irgendwo geschont, also, ähm, geschützt sein konnte, dass er das so belässt, dass er es nicht auseinanderreißt. Ähm, und dann hat er selber Vorsicht zusammen, ähm, ähm, gemacht. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, das stinkt unheimlich. Das kann tatsächlich, das kann normal sein. Das kann aber ein Hinweis sein, dass die Leiche von Felix, ähm, von Michael Heger so lange in dem Ding drin war und er tatsächlich mit dem Leichenabsonderung in, in Kontakt war, kam. Das muss ich ihm auch nochmal, ähm, ja gut, aber er, er, äh, das sind ja keine giftige, so giftige Stoffe. Es ist halt eine Sauerei, aber er, er riecht es ja selber und wird sich dann entsprechend verhalten. Okay, ich, ich, ähm, ich, ähm, äh, du das jetzt, äh, wieder starten. War bei mir keine, das, was ich jetzt sage, ist meine Unterhaltung mit ihm am Telefon und er, ähm, tut praktisch, er läuft dort hoch und wir unterhalten uns am Telefon. Äh, ich habe kein einziges Bändchen gesehen, aber das ist ja trotzdem gut, gut, dass ich, ja, ja, ja. Ist aber total verbindert, aber ich sehe, zumindest die Buchstabe, ja, das ist von der Bundeswehr, genau hier. Okay, ja. Ja. So. Das Video ist insgesamt ungefähr 15 Minuten lang. Ja, bis jetzt sehe ich keinen Bau. Oh, nicht. Jetzt sehe ich hier die große Brocken. Tja, mache ich wieder höher. Oh, nicht, Fluche. Oh, nicht, Fluche. Okay, ja, die Folie sehe ich noch nicht. Die Folie sehe ich noch nicht. Ich sehe aber mit dem Gesicht zu dem Hotel. Herr Faeser, schauen Sie mal. Ja. Ähm, ähm, äh. Sehen Sie? Ja. Da ist das Hotel. Ja. Obwohl konnte ich hier mehr schauen oder hier nach links mehr schauen. Ähm, warten Sie mal, ich tue, ich tue parallel, äh, mein Video auf, aufrufen und schaue mir das praktisch jetzt, äh, äh, ähm, nochmal an. Jetzt kann ich ja machen hier, muss ich jetzt bloß schauen, äh, Moment. Und, ich muss jetzt, also das ist unheimlich verschachtelt, was wir gerade machen, unheimlich verschachtelt. Da wird jetzt noch paradox, äh, 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 da wird jetzt noch parallel. Also, äh, 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 tendenziell können Sie noch ein bisschen nach oben gehen, also, die, Sie seht, äh, das kann schon sein, dass ich es noch, äh, äh, einfach ein bisschen weiter oben ist. Also da ist so viel verschachtelt gerade. Jetzt kommt parallel noch ein Video dazu, das ich damals aufgenommen habe. Jetzt habe ich hier mein... Leute, wo bin ich? Ich sehe irgendein Plastikrad. Aha, das kann auch von dem ganzen da stammen, ja. Ich zeige es Ihnen als Anhaltspunkt. Sehen Sie das Rad? Noch nicht. Noch nicht mehr. Und was ich jetzt hier filme? Hier. Also, wie gesagt, das ist unheimlich verschachtelt. Hier, das Rad. Aha, okay, sehe ich, ja. Ich filme meinen Bildschirm ab. So, vorne sehe ich nicht. Momentan. Okay. Wo könnte das sein? Ich glaube, Sie müssen noch ein bisschen hoch. Aber jetzt intensiv nach rechts und links gucken. Aber... Ich bin aber schon ziemlich oben. Das Hotel ist gleich in der Nähe. Die Folie sehe ich noch nicht. Ja, also, ich bin jetzt in dem Video drin, wo die Folie gezeigt wird. Und da sehe ich, dass das sehr weit oben ist. Also, die Folie, die Folie ist sehr weit oben. Sehr weit oben. Aha. Also, das ist direkt... Tun Sie noch mal aufs Hotel filmen, dass Sie... Wir schätzen... Es ist noch weiter oben. Gut. Da ist die Kapelle, die kleine. Ja. Ja. Ja, ich sehe aber weit und breit keine Folie. Ja. Halt. Ich bleibe jetzt mal stehen und zeige Ihnen, wo ich bin. Puh. Also, ich denke, Sie müssen... Hier im Hotel schon. Ja. Okay. Ähm. Also, ich denke, Sie müssen eher nach links jetzt. Okay, nach links. Das ist so eine Lichtung hier. Ja. Wo ich jetzt gerade bin. Ja. Ja. Jetzt findet er es gleich. Da sehe ich irgendeine Schacht. Schauen Sie mal. Ja. Okay. Ich such gerade in der... Oh ja. Ich sehe die Folie. Okay. Gut. Jetzt hat er die Folie. Jetzt hat er die Folie. Ich muss jetzt mal anlangen. Oh, hier ist aber groß. Ja, das meine ich. Ja. Schauen Sie mal. Ja, das ist sie. Ja, aber der Weg von oben wäre ja hundertmal kürzer und unproblematischer, weil das ziemlich oben ist und so stahl ist das auch nicht. Ja, aber wenn Sie jetzt hochgehen, dann sind Sie innen, in dem Hotelbereich und dort kommen Sie dann auch, kommen Sie nicht raus. Da ist ein Zaun dann praktisch. Ja. Um den Zaun zu umgehen, müssen Sie links weit und dann nach oben und dort ist es steil. So, jetzt passiert die Folie. Ja, genau. Und ich würde mal so sagen, die ist ja jetzt schon ein bisschen so zusammen sozusagen. Wenn Sie sich jetzt einfach... Sie können mit der Hand ein paar Blätter, die oben drauf liegen, können Sie wegschmeißen. Die brauchen Sie nicht mitbringen. Ja. Aber es sind nicht auseinander machen, sondern einfach tendenziell einfach zusammenlegen. So wie sie ist, mehr zusammenwurschteln. Zusammenrollen. Zum Beispiel, zum Beispiel zusammenrollen, ja. Okay, zusammenrollen. Sie können mal jetzt, bevor Sie anfangen zusammenrollen, das Laub so ein bisschen weg. Sie können auch irgendwie so testen, ob jetzt irgendwas schweres noch drin ist. Aber es möglichst nicht auseinander machen, sondern so wie es jetzt ist, einfach nur zusammen machen. Nichts auseinander. Ja. Jetzt habe ich Sie verstanden. Also nicht entfalten. Ja. Sondern in dem Zustand, wo Sie liegt, ein bisschen vom Müll befreien und einwickeln. Ja. Zusammendrücken. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Bleiben Sie mal erreichbar. Ich melde mich in ein paar Minuten. Ja. So. Das ist jetzt, das ist jetzt das der Hanna. Gut. So, das Video kann man weiterlaufen lassen. Okay. Ähm. Ähm. Jetzt habe ich Sie erst weiterlaufen lassen. Ähm. Ähm. Gut. Das, äh, äh. Dann hat er Sie aber nicht gemeldet. Dann hat mir nach einer gewissen Zeit das Video abgebrochen. Gut. Aber ich kann jetzt, ich kann jetzt hier, äh, was, ähm, was, ähm, was dazu, äh, sag, äh, beziehungsweise, ähm, das ist jetzt extrem, äh, ähm, verschachtelt. Und ich kann jetzt das so, wie es jetzt ist, anhalten. So. Dann, ähm, weil ich filme ja jetzt bereits an, 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 vom Video ab. Das ist ja, äh, das ist ja ungeheuerlich verschachtelt praktisch. Ähm. Das, was ich jetzt, ähm, 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 angehalten habe, ist ja schon ein Video gewesen, das ich nochmal abgefilmt habe praktisch. Ähm. Und dann in dem Video sind, ähm, stellerweise habe ich ein früheres Video aufgerufen und so weiter. Aber trotzdem, das, was man hier jetzt gesehen hat, äh, ist trotzdem das Echte, was, was hier passiert ist. Der Kollege ist hier, ähm, 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 ist hier, äh, dort gewesen, äh, und hat, hat diese Folie, äh, äh, geholt. So. Jetzt habe ich natürlich diesen kleinen, ein, äh, 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 diesen kleinen Ausschnitt hier, äh, am, am PC. Ähm, ähm, äh, und jetzt mache ich mal, jetzt kann ich folgendes, das mache. Ich frage ihn natürlich, äh, äh, letztlich, äh, was er hier an Veröffentlichung zustimmt, aber ansonsten, ich kann hier, ähm, äh, weil das ist ja, das sieht man ja, dass das jetzt, jetzt hier an meinem Bildschirm ist. Äh, das ist jetzt praktisch, jetzt schiebe ich rein, einfach, äh, äh, ähm, äh, ähm, ähm, äh, 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 Dings, hier meine, äh, ähm, äh, WhatsApp am PC. Ich schaue noch kurz, ob irgendwas Vertrauliches ist, bevor ich das hier ins Dings bringe. Äh, weil ein Sinn ist, ist ja praktisch, dass man hier das sehr authentisch, äh, 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 hier hinbekommt, so, jetzt, das ist jetzt nichts Vertrauliches, das ist schon der Bereich, wo es sich praktisch um das Thema dreht, da sieht man, das ist heute Kommunikation, fahre nach Bühlertal, so, dann hat er mir erst, dann ist er praktisch, als er dort war, hat er sich gemeldet und dann hat mir das hier, dieses, hat mir das Bild geschickt, ja, und dann musste ich ihm das erklären, wie und was, Moment, ich mache das mal jetzt ein bisschen so, okay, so, kompakter, so, Moment, so, okay, jetzt sieht man mehr drauf, so, und dann gab es erst Kommunikationsschwierigkeiten, so, 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 dann habe ich, am Ende habe ich ihm diesen Dings geschickt hier, mit dem konnte er was anfangen, mit dem Link, der Google-Link und dann hat er sich gemeldet, als er dort war und dann ist er hoch und das ist jetzt schon auf dem Weg wieder nach unten, ich habe ihm gesagt, er soll nochmal die Polizeifolie, also das Bandabschwerband fotografieren, das hat er hier gemacht, schickt mir den Standort davon, okay, weiß nicht, wenn ich das jetzt anklicke, ja, er öffnet es, genau, also, das ist, das ist jetzt, oh, jetzt sagt er, er hat sich am Köchel verletzt, äh, okay, hoffen wir natürlich, aber wenn er jetzt die Hautverletzung meint, das ist ja, das ist nicht, das ist nicht die Bänder umgeknickt hat, sondern nur ein bisschen die Hautverletzung, das wäre ja egal, okay. Gut, ich mache das eben aus dem Grund, äh, jetzt so ein bisschen, äh, das ist einfach authentisch, praktisch, das, das ist jetzt mein Anliegen, sozusagen, gerade rein. So, und das ist jetzt, ähm, jetzt wird man gleich sehen, ich, was ich hier mache, ist ja den Bildschirm abfilmen, sozusagen. Ich kann jetzt hier auch praktisch, äh, jetzt, jetzt schließe ich mal das Video, da wird man sich wundern, praktisch, was hier gerade abläuft. Äh, so, jetzt bin ich auf meinem Dings hier, auf meinem Desktop. Jetzt kann ich alles Mögliche, kann ich zum Beispiel das da haben, was ich jetzt gerade Dings, äh, auf meinem Dings habe, auf meinem, auf meinem Desktop. Ich habe jetzt einen ganz kleinen Ausschnitt, weil, äh, weil ich da jetzt nur die Handygröße da abfilme. So, das ist mein, mein Dings. Ähm, ähm, gut. Ich sage mal, was ich hier jetzt gerade mache, das ist, das dient einfach nur der, äh, 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 praktisch, ähm, dass es, äh, wie, äh, einfach authentisch, das Ganze authentisch zeigt, was haben wir hier gerade, äh, äh, gemacht. Ähm, und zwar, da sieht man jetzt dafür, was jetzt, das ist jetzt praktisch so, das ist, äh, äh, etwas vom Ersten, was ich ihm gesandt habe, das ist, äh, da ist er eben zu, zugefahren, äh, man kann das, äh, auch, äh, so, da ist jetzt alles, äh, 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 drauf. Er ist praktisch hier aus, 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 aus Richtung Norden, äh, Karlsruhe, Baden-Baden, aus der Ecke ist er gekommen. Und, äh, äh, praktisch ist er hierher gefahren und dann, äh, äh, hat er dieses, ging es eben darum, dieses Dings mitzunehmen, dieses, diese Folie, auf die ich früher mal gestoßen bin, aber sie dort gelassen habe, erst mal. So, ja, und, äh, und, und, und dann ist, ist es praktisch hier, ich, äh, äh, hier ist es, ist es praktisch das Haus Wiedenfelsen und, ähm, da, äh, da geht es jetzt praktisch der Weg in den Wald rein und dann, äh, äh, kommt man unten an den Weg. So, die Geräusche, die da sind, das ist, dass er mir immer, äh, äh, noch Neuigkeiten schickt über, über WhatsApp und, ja, so, da, da schreibe ich mal, ja, okay, so, und jetzt füge ich das so, da ist er jetzt online, schreibt gerade, das sieht man, alles live und er tut dann nochmal praktisch mir das, äh, wo er das Polizeiband hier findet, so, äh, okay, so, gut, es peppt das Ganze jetzt eben ein bisschen auf, aber wie gesagt, das ist alles authentisch, alles live, alles echt und er ist, ist jetzt, äh, seine Frau ist auch dabei, ähm, äh, das ist jetzt praktisch, also sie sind dann, sind dann da schön ordnungsgemäß geparkt, ähm, und sind dann da runtergelaufen, 1,1 Kilometer, äh, und, äh, jetzt ist er praktisch, dann ist er in den Hang reingegangen, äh, um praktisch von der Stelle so nach oben, ähm, äh, äh, zu gehen, ähm, Richtung Hotel, hat dann da kurz von oben die Folie gefunden, geht jetzt wieder runter und dort wartet seine Frau und dann, äh, dann spazieren sie praktisch wieder zum Auto zurück und fahren nach Hause und bringen die Folie mit. Das ist da praktisch der Hintergrund und jetzt, äh, okay, so, jetzt sag ich mal, so, also, da, äh, da schickt er jetzt hier die neuesten Meldungen, so, da, da, also, Stelle 1, Stelle 2, wo es eben überall dieses Band hat, so, okay, gut, das Band ist jetzt nicht die Welt, wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, letzten Endes geht es darum, findet man den, ah, die, die Überlegung ist einfach, in dieser Folie drin, ähm, also, gerade schon der Gestank, äh, es ging ja, ähm, um mehrere Wochen, wenn die Leiche, ähm, äh, äh, klar, die war, die war, die war jetzt, sagen wir mal, äh, die war, äh, im Winter ist nicht verfault und so, trotzdem, Leiche ist Leiche, wenn, äh, wenn, äh, äh, die, die, die Leichen entleeren sich ja auch, das kann die, das kann die, das kann die, der wird sich ja ankotzen, wenn er das Video sieht, das kann ja die Pisse von der Leiche sein, die Scheiße und die Pisse von der Leiche, das habe ich ja gar nicht gedacht, ich glaube, ich rufe ihn jetzt gleich nochmal an und warne ihn davor, äh, das kann ich ja auch unabhängig, das kann ich parallel machen, äh, Moment, wenn es jetzt, äh, 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 ich kann, äh, äh, ich zeige es ihm ja, bevor er, ähm, bevor er, ähm, bevor das Video online geht, und dann kann er sich überlegen, ob hier was, äh, denkt sich, mir hört mich als im Hintergrund, ich denke, ich muss ihn jetzt warnen, äh, dass er, bevor er ins Auto sitzt, äh, dass, dass er weiß, ähm, das ist, ähm, So, ich, äh, rufe ihn jetzt gerade an, ähm, das ist aber jetzt über WhatsApp, dann versuche ich es auch noch über, ähm, Dings, Ja, ja, äh, hallo, äh, ich, ich, ich habe, ähm, äh, jetzt gerade das, was wir da gemacht haben, äh, praktisch dann abgefilmt und das zeige ich Ihnen dann aber nochmal praktisch, bevor man irgendwas damit macht, sozusagen, ähm, ja, und ich, ich habe, ich habe das Video jetzt immer noch am Dings, also tun wir jetzt nichts irgendwie Privates oder so, Aber wie gesagt, bevor man irgendwas damit macht, tun wir es trotzdem nochmal, äh, dürfen Sie es nochmal angucken. Also folgendes, ähm, ich, ich habe das, ähm, wie gesagt, äh, äh, so jetzt abgefilmt, dann ist das auch dokumentiert, wisst ihr, dann ist das gut, authentisch, wenn man irgendwie, sonst kann man sagen, ja, was die da erzählen, aber man hat, das ist alles jetzt, ähm, so dokumentiert, folgendes, mir ist folgendes eingefallen, Sie haben gesagt, das, das stinkt besonders stark, ähm, 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 tun sie sich, ähm, ich, ich, ich kann es nicht sicher sagen, aber es besteht die Möglichkeit ja, dass die Leiche mehrere Wochen in dieser Folie eingewickelt war, und, ähm, ähm, so eine Leiche, das war Winter, es war, es, es war kalt, die, die, die Leiche war schon gut erhalten, ähm, als sie gefunden wurde, aber so eine Leiche verliert natürlich, ähm, 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 auch, ähm, wird inkontinent, da geht etwas Urin raus, da geht etwas Kot raus, äh, ähm, ähm, deshalb, ähm, ähm, tun sie sich, bevor sie in ihr Auto setzen, ähm, einfach bewusst sein, ähm, ich, ich weiß es nicht, ich habe auch nicht dran gedacht, äh, aber es ist natürlich möglich, dass das tatsächlich, wenn, wenn es ein Erfolg wäre, sozusagen, und es, und der war in dieser, in dieser Folie drin, dann bedenken sie einfach, da war dann eine Leiche drin. Nein, ich habe damit keine Probleme, es hat, äh, es hat einfach nur nach dieser, ähm, Fäulen ist, äh, gerochen, aber, ähm, Fäulen ist so, äh, das, was etwas im, im Verhalt langgelegt hat. Okay, okay, ja, ja. Daraus wird Kompost, ich habe jetzt keine, machen mir jetzt keine Gedanken. Okay, okay, okay. Ich mache mir jetzt andere Gedanken, ich finde jetzt auf einmal meine Frauen nicht mehr, und, ähm, ich erreiche es auf dem, Handy nicht. Ach so. Also, ich melde mich, ich melde mich dann mal später, es ist, wie gesagt, im Auto. Ja. Also, Nöchel tut jetzt aber noch weh, Mann, verdammt, nochmal. Ähm, ich melde mich dann, wenn ich da wieder oben bin. Ja. Ich muss erst meine Frau finden. Sie gehen jetzt praktisch den gleichen Weg zurück. Ja. Ja. Ich würde zuerst gerne wissen, wo meine Frau ist. Ja, 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 ja. Ja, also, ähm, das, 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 äh, das, ähm, ist auch jetzt komisch, dass ihr der Frau jetzt, ähm, aber gut, ähm, das, wenn sie auf dem Weg zurückgegangen ist, ja, okay. Ich weiß nicht, wo sie ist. Wir sind so verblieben, dass sie hier unten bleiben. Unten sind sie nicht. Also, bis später zuerst, ja. Okay, bis dann, Tschüss. So, also, der Kollege ist ja hier nicht empfindlich, äh, der hat, es ist ja auch so, nach so viele Jahre, ähm, es ist ja auch nicht luftdicht so abgeschlossen, ähm, ich habe mir jetzt nur gedacht, äh, wenn er sagt, dass es, dass es stinkt, äh, dann, ähm, klar, ähm, im Erfolgsfall war da der Häger drin, äh, oh, sei Leiche, äh, also dann muss man an das auch denken, aber er meint jetzt, äh, so nach einer Leiche hat es nicht gestunken, das sagt nichts, das kann, äh, so oder so sein, äh, ähm, aber, das heißt, nach, äh, 16 Jahren oder 17 Jahren ist es natürlich, äh, auch wenn es mal gestunken hat, irgendwann stinkt es nicht mehr, sag ich mal. Also, hier ist alles offen. Hier ist alles offen. Gut, ähm, okay, das ist die Situation jetzt, äh, wenn ich, jetzt, ich klicke es nochmal ran, okay, und das sieht man dann, ähm, einfach, da ist er jetzt auf dem Weg nach unten und man sieht das rot-weiße Band, ähm, ja, ich, ich sage mal, das, das ist für, äh, aus meiner Sicht jetzt einfach dramaturgisch auch, äh, sinnvoll, ähm, weil das ist tatsächlich, da steht Polizei drauf, das hat er, das hat er geschaut, da ist im Wald das Originalband Band der Polizei, wir sind also an diesem Ort, wo praktisch, äh, der Hegel gefunden wurde, das ist schon mal klar, nur ist das der Bereich, praktisch, das sieht man jetzt, sozusagen, äh, wo, wie weit die nach oben hin, das mal abgesperrt haben, und, äh, das zeigt eben, die haben, ähm, die, die, die haben gleich im ersten Moment irgendwie, sind die davon ausgegangen, dass das Ganze, äh, ähm, etwas ist, wo von unten her, äh, äh, eher irgendein, ja gut, nee, es ist, ähm, die Polizei hat ja nicht angenommen, dass es, die Ablage von unten her, das haben ja die, das haben ja die, äh, die Angehörigen, aber die Polizei hat sich trotzdem verhalten, ähm, also sie hat den Bereich nach oben abgesperrt, sozusagen, wenn sie sich, ähm, ich denke, das ist auch so zu verstehen, weil es ja, ähm, so praktisch, wenn man jetzt sich das Ganze anschaut, ähm, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt, aber, ähm, wenn man sich das anschaut, dann ist es ja so, dass, ähm, die Polizei davon ausgeht, der muss von der Seite runtergekommen sein, weil da ist ja noch dieser Wiedenfelsen, der verhindert, dass man so rüber kann, man müsste von oben runter bis hierher, und dann erst kennt man seitlich, äh, jetzt, das ist das blöde Werbungsscheiß direkt da, äh, und da, da erst kennt man seitlich, und, äh, dann, ähm, fällt der Bereich ja sowieso ab, weg, weil, weil sie sind dann praktisch davon ausgegangen, er geht hier den Weg runter und kommt hier dann rüber und ist, ich kann dann erst runtergegangen sein, ja. Ja gut, okay, jetzt will ich es mal nicht zu lang machen, ähm, aber das, das, das beinhaltet die Chance, dass man in dieser Folie, äh, sowohl die DNA, äh, vom, vom Heger findet, damit ist meine Mord, äh, äh, bestätigt, sag ich mal, damit gibt es einen Täter, damit ist ein Kriminalfall, Mord verjährt nicht, damit muss man hier, ähm, damit ist, äh, ist es plötzlich, ähm, dann gibt es auch Geheimnistuerei, weil dann, ähm, dann wird er auch in die Öffentlichkeit, äh, dann ist die Staatsanwaltschaft ganz anders hier, ähm, äh, Herren des Verfahrens und tritt er ganz anders auf und, äh, das, ähm, ja, das, das sind jetzt die Aussichten. Wenn in dieser Folie, die hier gesichert wurde, äh, DNA vom Heger drin ist, vom, von Michael Heger, vom Vater, vom Felix, dann haben wir einen Kriminalfall, äh, den wir ja sowieso haben, aber den die Polizei bisher, äh, nicht so sieht, ja. Ja, und dann, äh, wird, wird es natürlich, äh, ganz genau gemacht, nochmal, da wird die ganze Folie, und dann ist die, ist, ist praktisch, wenn man dann andere DNA findet, dann, ähm, besteht die Möglichkeit, ähm, dass das andere praktisch ein Täter war, ja. Es kann natürlich auch sein, dass es praktisch, äh, äh, die Folie stammt ja von der, von der Baustelle. Die Bauarbeiter sehen ja auch ihr DNA dort und die Bauarbeiter sind ja unbeteiligt. Es kann auch sein, man findet DNA, aber letzten Endes hat die DNA, die zweite DNA nichts mit dem, mit dem Fall zu tun, äh, aber ich sag mal, wenn man, äh, ich komme da immer drauf an, von wem man die DNA findet und ob der jetzt als Bauarbeiter entschuldigt ist, dann wird man sagen, wenn man jetzt DNA findet, dann wird man praktisch die, die Bauarbeiter, ähm, das rekonstruieren, versuchen, wer hat damals, äh, wer, wer, wer war dort und dann müssen die eine Probe abgeben und dann wird man sehen, wenn das, wenn das zu irgendeinem Bauhelfer gehört, ähm, dann geht man erst, dann wird auch ich erst mal nicht den Verdacht haben, dass jetzt praktisch, ähm, ein, ein, ein normaler Arbeiter dort noch, noch zusätzlich als Pädophiler, äh, Dingsbums da irgendwie unterwegs war, dann würde ich auch eher dazu tendieren zu sagen, okay, wenn es die DNA von jemand, von einem Handwerker ist, äh, es gibt schon Leute, die da zu dem Heim da gehören können, die, die schon auch Täter sein können, aber wenn es ein ganz normaler Handwerker ist von irgendeiner Firma, die dort gearbeitet hat und dessen DNA ist da drauf, dann würde ich es auch als unverdächtig einschätzen, aber es besteht die Möglichkeit, mit dieser Folie kann man sowohl die DNA vom Heger feststellen, dann haben wir definitiv einen Mord und ein Verbrechen und dann kann es noch, ähm, noch sein, dass sogar noch die, die DNA des Mörders selber auch noch drin ist, ähm, also die, die Möglichkeiten sind da, aber, ähm, sobald der Heger, ähm, praktisch identifiziert, wer sein DNA, dann ist es, äh, muss es als Mordfall laufen. So, okay, also, dann, äh, wäre das jetzt mal das.